Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Eigentlich hatte ich eben gerade dieses Video schon mal aufgenommen und auch hochgeladen, allerdings hat dort irgendwie das Mikrofon nicht funktioniert und deshalb muss ich das Ganze jetzt nochmal aufnehmen. Ich hoffe, euch gefällt es natürlich immer noch. Wenn es so sein sollte, könnt ihr natürlich gerne ein Abo da lassen, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und ich würde sagen, schauen wir uns auch direkt den Items-Shop an. Jetzt weißt du natürlich auch schon, was alles drin ist, also es ist kein Blind-Review mehr. Aber auf jeden Fall haben wir als erstes mal hier ganz auf der linken Seite ein neues Paket, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Allerdings ist mir auch noch ein weiteres Paket neu aufgefallen, was jetzt nicht direkt im Spiel sichtbar ist, allerdings was für alle Playstation-Besitzer und vor allem alle Playstation-Plus-Besitzer interessant sein könnte. Und so ist das neue Playstation-Plus-Sonderpaket. Diesmal haben wir eine Gleiter, dann ein Emote und ein Contrail. Das alles kostenlos, solange man eben ein Playstation-Plus hat. Ist auf jeden Fall ganz nice, gab es glaube ich die letzten Seasons eher weniger. Davor, gerade in Chapter 1, gab es das ja wirklich richtig häufig, diese ganzen Pakete. Auf jeden Fall für alle Playstation-Plus-Besitzer, die können das kostenlos abholen und ist auf jeden Fall ganz nice. Dann haben wir, wie gesagt, einmal im Fortnite-Item-Shop das neue Doppelagent-Paket. Hier haben wir drei verschiedene Skins und dazu natürlich die drei Backpacks. Einmal haben wir hier nämlich den Doppelagenten-Stillschweigenskin, den Doppelagenten-Wildcard-Skin und den Doppelagenten-Chaos-Skin. Bei allen Skins kann man immer eine Shadow- und eine Ghost-Variante aussehen, also eine Weiß-Golde und eine Schwarz-Golde-Variante. Finde ich, sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Gerade beim Wildcard-Skin, finde ich, passt das wirklich deutlich besser als beim klassischen Wildcard. Auch hier beim Doppelagenten-Chaos kann man sogar eben halt auch noch wie beim normalen Chaos-Agenten-Skin den Modder- und den Standard-Steel auswählen. Hierbei ist der Modder-Steel dann eben halt nur aus Gold und nicht wie normal aus im Prinzip Öl oder was auch immer das genau ist. Und dann kann man dazu natürlich auch die Shadow- und Ghost-Variante wählen. Dazu gibt es natürlich die passenden Backpacks, da hat sich nichts verändert, finde ich, passen aber auch sehr, sehr gut dazu. Das Ganze für 2.500 V-Bucks, allein der Wildcard-Skin an sich würde ja normalerweise 2.000 V-Bucks kosten, also ist es allein schon deswegen ein ziemlich gutes Angebot. Dazu gibt es natürlich auch Spitzhacken, die man sich allerdings extra kaufen muss, was aber trotzdem auch ganz nice ist, sodass man sich eben halt nur die Spitzhacken auch gleichzeitig kaufen kann. Das kostet dann nur 1.200 V-Bucks, also viel wie ein blauer Skin. Dafür 3 Spitzhacken, ist auf jeden Fall auch vollkommen in Ordnung. Hier habe ich allerdings keine weiteren Stile. Das Ganze besteht einmal aus den Shadow-Cling, dann der Gold-Eisen-Spitzhacken und dann noch der Ruinsense. Sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr nice aus. Als nächstes haben wir dann noch den Knallkopf-Skin im normalen Shop, dann als nächstes den Krypto-Skin, der ist relativ beliebt tatsächlich wegen des Backpacks, weil das tatsächlich auf relativ vielen Skins draufpasst und insgesamt auch sehr, sehr nice eigentlich aussieht. Und dann gibt es noch die Enigma-Lackierung dazu. Dann haben wir als nächstes den Sumpfmann-Skin, dort einmal natürlich die klassischen 4 Stile, ist ja in letzter Zeit auch eine der häufigsten Skins geworden. Auf jeden Fall haben wir einmal den Standard-Skin, den blauen Stil, den orangenen Stil und dann noch den violetten Stil. Und das Besondere heute ist, dass wir tatsächlich auch mal die Spitzhacke dazu bekommen haben. Die letzten Male, als der Skin drin war, gab es nämlich eigentlich, glaube ich, immer nur den Skin und vielleicht eine Lackierung dazu oder so. Aber auf jeden Fall nie dieser Spitzhacke und die ist, glaube ich, schon wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr im Shop gewesen. Und dann haben wir als nächstes noch die Verderbte Reisende im täglichen Itemshop, dann die Spektralhacke, dann noch den Klappe, die 14. Emote. Als nächstes haben wir dann noch den Wilden Kanonier, dann den Lama Glock Emote. Auch eine der klassischsten Emote tatsächlich für Fortnite. Dann haben wir noch den Rage-Criti-Mote. Und dann natürlich noch in den Sonnenangeboten einmal Captain America. Kennen wir ja schon alles, muss ich jetzt nicht genauer vorstellen. Ich meine, der Skin ist jetzt, glaube ich, schon seit zwei Wochen irgendwie oder seit einer Woche drin oder anderthalb Wochen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit schon. Dazu natürlich immer noch den gleichen Emote. Dann haben wir als nächstes hier den Strandbombo-Skin mit der Farbensternchen-Lackierung und dem Farbenflieger als Gleiter. Und das war es dann auch schon mit meinem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao!